Weißt du, bei mir hat auch jemand einen Amboss zerstört hingeschrieben, sorry, ich hab den Amboss kaputt gemacht, liebe Grüße, Noriak. Und der war dann hier und hat sich gefragt, hä, nee, das war ich nicht, Spark, es tut mir leid, ich war es nicht. Oh mein Gott, nein. Warum hat Fabo jetzt 8000 Level verloren? Oh mein Gott. Ich hab ihn auch... Tjan, rett, Tjan, rett! Äh, ich muss mal, glaub ich... Ey, 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 Fabo, warum lach ich? Das war mein Level, ne? Das war mein Level. Fabo! Ne, du solltest... Ey! Klassischer Tjan, 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 Tjan. Fabo, ich lass es. Stopp, hör auf, die Bananenstatt abzubauen. Stopp. Fabo, stopp. Stopp, ich hab euch... Warum macht ihr so, was soll das? Lass das, lass das, hör auf. Okay, Jungs, wir können das regeln. Ich wollte Fabo nicht töten. Lass ihn los, lass ihn los. Ich wollte es nicht, wirklich nicht. Mike, ich will dich nicht töten, wirklich nicht. Ich will dich nicht töten. Walla, Walla, ich annimm einfach den Tod an, ich sag's dir ganz ehrlich. Nee, das war... Warum hast du ihn getötet? Ich wollte ihn nicht töten, aber die haben meinen Baum angedänt. Ne, 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 ne. Du hast ihn zwei, du hast dir zwei Gritz gedrückt und du sagst, du wolltest ihn nicht töten? Ja, legit nicht, ich wollte ich nicht. Du hast keine Rüste gehabt mit deinem Schaden auf das 5-Schwert. Ach, 6. Ich wollte nicht. Du wolltest nicht töten. Ich wollte legit nicht. Ich wollte, ich wollte Fabo legit nur weghauen. Mit zwei... Ich... Nein. Ja. Ja. Nein. Nein. Das macht er nicht. Nicht die Subgifter-Wall. Alles. Aber nicht die Subgifter-Wall. Was? 8000 Level und ihr macht alles weg. Digga, das ist echt so farz. Moment, ich kann euch das analysieren. Wir analysieren jetzt die Tat. Ich muss rennen. Ich glaube, ich brenne nicht. Ich werde mich einbauen. Ich gehe mal auf Konfrontation. Da ist er, da ist er der Höllen. Der Höllenfürst sieht, was ihr tust. Der Höllenfürst ist so krass. Ja, okay, aber warum kriegst du Power ohne Rüstung aus und mir gibt es nur einen Kritz, so einen ganz gleichen. Warum kriegst du Power 2? Erklär mal. Weil er das nächste Opfer war. Ich wollte sogar schon weggehen, weil ich wusste, dass er mich hauen wird und ein Axtkrit vorhin schon 6 Herzen Damage gemacht hat. Guck mal, ich habe gesagt, also in dem Moment, Real Talk, also legit, in dem Moment wollte ich dich zur Hälfte irgendwie töten, aber irgendwie auch nicht, weißt du? Es war so ein Zwischendick zwischen... Oh, dann machen wir zwei Axtrids. Ich habe vier Holz. Ich habe nur Amor als die Hälfte. Vielleicht, vielleicht denkt er es mal. Vielleicht ist das krasse. Nein, aber denkt er haut. Ich habe jetzt so gedacht, ja komm, ich haut ihn jetzt so aus Jokes, so aus dem Affekt und dann habe ich so, nachdem ich ihn geschlagen habe, realisiert, so fuck, er ist tot und ich wusste nicht, wie viele Level du hast generell und dann, als ich dann gesehen habe, 8000 Level, war ich so, oh nein. Können uns bei Fabo irgendwie rächen mit einem kleinen Troll zumindest. Es muss ein Nachspiel haben mit Fabo. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Mir wurde zu Unrecht was angetan jetzt, also zu hart wurde ich bestraft. Nur damit ihr auch das Ganze hier einordnen könnt, zwischen Fabo und mir. Fabo und ich sind Kumpels. Fabo und ich haben einander auf WhatsApp. Wir sind privat gut, sehr gut und wir sind nicht sauer aufeinander, sondern es ist jetzt alles nur ein Projekt. Wir werden, wir werden was Neues bauen, wo die Subs reinkommen. Ich werde mir jeden Sub von der Liste nochmal aufschreiben und ich werde den noch schöner bauen. Seid ihr alle bereit? Komm, 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 komm! Karotten platzen. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Karotten! Karotten! Aua! Karotten! Und ich habe extra die Melonenkärnten in die Off-Fank genommen. Die Karotten-Nacht! Ich werde zu Lottie-Karotti! Hier, Leute! Er hier! Lottie-Karotti! Hä? Es gibt 1 XP? Nein, es gibt 2 XP. Das Problem ist nur, wenn ihr nicht in der Heimadimension farmt, kriegt ihr nur die Hälfte. Oh mein Gott! Das ist aber gut so, actually. Das ist gut so. Weil da gameln sich immer alle nur in Sky. Ja, ja. Ich habe ja gesagt, das wird kommen. Wir klauen alles! Ohm... Komprimierte Karotten. Und zwei Stacks kriegt man die Hacke. Ja, gut, dass ich auf jeden Fall meine normale Hacke gemacht habe, weil das wäre ja sonst die Hölle. Nein, nicht töten. Nicht töten. Nein. Ich habe 15.000 Level. Und ich habe die Musik an. Und wenn der Bass stoppt, dann bist du vogelfrei. Nein. So soll es sein, so soll es bleiben. Tu es nicht. Hallo. Vielleicht kannst du mal drin lassen. Ich glaube es nicht. Was? Nach drei Lootboxen? Legendary unidentifiziertes Stück. Oh mein Gott. Okay, ich spare doch auf 100.000. Ja, du kannst ihn auch identifizieren. Okay, du predict das. Du bist mein Orakel. Ich bin der RNG-God. Ich sage Karotten. Es ist Zeit für das Karotten-Modul. Was? Oh mein Gott, insane. Karottenpflanzer. Ey. Oh, ich habe es gekauft. Lootboxen aufgemacht und kriege als erstes direkt den Karottenpflanzer. Oh mein Gott. Ich werde nun drücken. Oh mein Gott. Und es werden acht Level abgezogen. Alter, ist das krass. Und da muss ich nicht meine Hoe für benutzen. Oh mein Gott. Ich bin ein glücklicher Frosch. Was geht, was geht, was geht, was geht. Ich bin seit 26,5 Stunden live und sitze hier mit meiner Karotten-Farm. Auch wach? Ja, seit 28 Stunden live. Ich habe gerade die größte Farmer am Server zwar, aber die ist nicht schnell, also die wächst halt nicht schnell genug. Und die ist riesig. Diese Route, die setzt ja acht Blöcke vor dir, Karotten, und macht auch Erde zu Farmland direkt. Oh mein Gott. Ich mache die ganze Zeit ohne Hoe, ich Idiot.